Sie sind überall! Schließt die Reihen! Schnell! Hier! Verstärkt die Deckung! Schnell! Sofort! Schließt die Reihen! Ja! Hier! Halt sie durch, Männer! Schlafen sie zurück! Schnell! Schnell! Und los! Achtung! Mir nach! Ja, der Frostbote! Die Rune ruft auf den Weg! Was wünscht die Rune? Was schützt mich? Also meine Leute vor Elementar. Habe ich gerade nichts. Schade. Ach da! Beschützen! Ja! Ach da! Ja! Schnell! Auf mein Zeichen! Schnell! In die Schlacht! Vorwärts! Folgt mir! Ja, Urias rennt schon wieder rein. Bereits! Und los! Schnell! Sofort! Schnell! Und los! Zeit zu sterben! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Was wünscht die Rune? Verteidigt euch! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Die Rune ruft! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Sie sind überall! Zeigt mein Kommandos! Schließt die Reihen! Ja! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Verschließt sie zurück! Schnell! Schnell! Ist das so kacke! Achtung! Wo ist denn mein letzter? Achso! Da unten noch! Verstanden! Puh! Das kann eine Weile dauern, bis der hier ist! Ich gebe das Monument einfach mal auf! Ups! Wä? Warum? Das finde ich auch toll! Dass da alle drauf gehen! aufhören! Und? Fliefe. Saw her. Ja! Ich scheue das hier gerade nur mit Hit&Run! Also ein paar Frostdinger rauslocken,... Töten. Und wiederholen. Ja, und dann Laurin. Laurin wird noch spaßiger. Bei Laurin müssen wir halt wirklich gucken, dass wir so schnell wie möglich diese... Und los! Vorwärts! Und los! Unverzüglich! Auf dem Weg! Kann ich nicht von hier unten einfach hochschießen, um sie hochzulocken? Schickt sie zum Seelenfluss! Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Unverzüglich. Auf meinem Befehl! Vorwärts! Schnell! Für die Freiheit! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Zurück mit euch! Folgt mir! Feindliche Angriffe! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Folgt mir! Zeit zu sterben! Vorwärts! Vorwärts! Haltet durch, Männer! Vorwärts! Feindlicher Angriff! Sofort! Vorsicht! Verstärkt die Deckung! Schnell! Die Rune befiehlt? Wird sofort ausgeführt. Und los! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Zurück mit euch! Haltet durch, Männer! Achtung! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Okay, wir haben ihn alleine! Schließt sie rein! Schließt sie rein! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Da geblieben! Feindlicher Angriff! Auf meinem Befehl! So! Und los! Das macht die Sache jetzt doch viel, viel einfacher! Ja! Was wünscht die Rune? Jetzt kann er selber nämlich nicht mehr Alp verhören! Also weil er tot ist! Was wünscht die Rune? So, jetzt warten wir mal kurz, dass wir... Leben, Mana und so weiter regenerieren! Und vor allem, dass er sein Mana regeneriert! Ja! Auf mein Zeichen! Und los! Ach komm, Urias! Das muss doch jetzt nicht sein! Was gut ist das denn, was nicht... Wirklich? Ja! Oh! 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 Auf dem Weg. Unverzüglich. Alles klar. Wird sofort ausgeführt. Vorwärtskrieger! Und los! Auf meinem Befehl. Zur Ehre Aronius. Hier! Verstanden! Verstanden! Schickt sie zum Seelenfluss! Vorsicht! Schickt sie zum Seelenfluss! Bereits! Was wünscht die Rune? So, ich hab den ein bisschen vergiftet. Ja, sofort! Für die Freiheit! Schließt sie rein! Greift sie an! Sie sind überall! Schließt sie rein! Zurück mit euch! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Steh bereit! Vorsicht! Schlagt sie zurück! Zeit zu sterben! Schließt sie rein! Der Dicke beschwört auch immer wieder eine neue. Das Elementare. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt sie rein! Zeit zu sterben! Schließt sie rein! Haltet durch, Männer! Was wünscht euch? Schlagt sie zurück! Sie sind überall! In die Schlacht! Sie sind überall! Zeit zu sterben! Schließt sie rein! Haltet durch, Männer! Verteid ihr euch! Sie sind überall! Bezeuge meine Arten! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! So, Laurin ist gespawnt? Zeit zu sterben! Schließt sie rein! Schließt sie rein! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Vorsicht! Schließt sie rein! Feindlicher Angriff! Auf meinem Befehl! So. Vorwärts! Sofort! Lauri nimmt uns da um den Seelenfels weg. Ein Monument verliert seine Kraft! Sofort! Dieses Mal will ich versuchen, es hinzukriegen, ohne dass er stirbt. Also der Zwerg ist... Ja, vorwärts! Schnell! Deswegen habe ich jetzt hier das Safe gemacht. Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Zurück mit euch! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Ja, wie Zeit, Menschwerden! Sie sind die Wahl! Er teilt sie! Schlagt sie zurück! Ja, Kristall berühren! Er rührt den Kristall! So haltet ihr es auf! Kristall berühren! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Ich habe vergessen, die Auren wieder anzuschalten! Das war mein Verhängnis! Bereits! Folgt mir! Vorwärts! Vorwärts! Sofort! Und los! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Achtung! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Vorsicht! Er rührt den Kristall! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Pferdeidigt euch! Schlagt sie zurück!